so, ne, verkehrt, mit rein naja, da bist du er hat direkt den nächsten bisschen angedingst welche hast du genommen, die warrengeist, ich habe gar keine Ahnung okay, aber es stimmt, das ist der Hammer so, erst mal gucken, was ich jetzt habe hier, wow, Bullshit Alter, ich habe eine schöne Secondary jetzt na, doppelläufig voll geil so, ähm, eins, das haben wir Out halten unten rechts der Einsatz, zum Beispiel ist Level 18 na, geh, ich bin mal ein na gut, ich bin Level 18 sie sind der erste der Hilfzeit ich weiß nicht wie lang seit, ich weiß nicht wie lang au, au oh, wie geil sie sich an der Fahnen hat, ey dieuernd so machen was alter Okay, ich mach jetzt immerhin fast 12 Tauben kritisch. Ja, immerhin. Das ist klar, Ubisoft weiß, wie sie über den Kunden beredet. Warum? Fuck off and die. Holger. Ja, die zurückgebliebenen. So geil. Seed only when cleared. Bearder. Gute Nacht Hundi Wuff. Die Typen sehen toll aus. Moment. GTF! Hört ihr uns! Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Äh, drei oder noch. Was? Ne, mein Scanner hat gesagt, das sind drei. Okay. Hm, 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 hm. Wieder unterirdisch. Keine Ahnung. Alter. Ey, da warum hab ich denn keinen? Moment! Nein! Nein, hör' ich nicht. Hau da halten. Hä? DTF, fertig und nein. Pustierstoff. Ich hab' einmal blauen und grünen Stoff. Und mein Kopf in den Arsch. Kopf in den Arsch. Drei mal grünen Stoff. Und dreimal grünen Stoff. Wow. Hey Baby. Keine Ahnung. Sich anlehnt. Wollst mal Feuer? Ich find' die doppelläufige hat echt cool Charme in dem Spiel. So richtig so nach dem Motto, dich fick' ich in den Arsch. Mit Anlauf. Oh, ja. Oh, warte mal. Hab da was gefunden. Äh. Wo öffne es zu oder in den Moment halt. Wie? Ach, oder? Es geht. Genau. Ja, das ist noch okay. Ich hab' jetzt 9500, äh, Lebenspunkte. Ich hab' 9000 Mal. Wie, 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 wie. Weil, ähm, 60 mehr Rüstung. Als vorher. 200 weniger SPS. Das kann, da kann ich mit leben. 2.200 mehr Leben. Das ist natürlich schon einiges. Und Fertigkeitsstärke hat es nicht beeinflusst. Du hast doch gesagt, wir teilen. Maul halten jetzt. Heilt das Baby in der Mitte. Äh, sollen wir erst hier ins Safehaus? Äh, ja, würde ich sagen. Das wird frei haben. Wenn man... Ist eigentlich... Äh, jetzt ist es. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. The Ward. Hallo. Erstmal mit zu. Mun, mun, mun in die Mun. Mun, mun 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 mun. Hey, ich sag's Ihnen besser gleich. In dieser Gegend ringen wir unsere Angelegenheiten selbst. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, dann mach ich doch selber. Wenn Sie schon mal hier sind, können Sie uns auch helfen? Nö. Nö. Fick dich. Du hast gesagt, machst du's selber. Dann können Sie den Asphalt küssen. Ich geh wieder. Nö. Nö. Ich sag, ich geh den Asphalt küssen. Was so American History X-like. Alter. Das war schon nicht böse. Oh ja. Ja. Sie sind nicht von hier, also haben Sie sich noch nie vom Iceman gehört. Der hat vor ein paar Jahren die Nachbarschaft terrorisiert und das Pärchen ermordet, dem die Trockenreinigung gehörte. Es heißt, er sei zurück. Hat ein paar Bullen umgelegt und sein Zeichen hinterlassen, damit es jeder erfährt. Vielleicht nur ein Zeichen. Oh nein, sein Zeichen. Also, beweisen Sie, dass ich mich irre und schnappen Sie ihn. Du bist irre. Nein. Nein Wann. Warte. Ui. Der war lauter�, aufsicht. Ja dann. nein daneben lass ihn okay habe ihn hier nach vorne gesprungen nein er hat was blaues bei toll fühle ich nicht okay ich gehe runter hat er jetzt eine andere Waffe eine M870 ist tatsächlich naja irgendwie hatte ich im Kopf dass das eine Dinge das ist aber Moment hier oben lang ist glaube ich auch sicher ich bin extra zurückgelaufen jetzt sehe ich ich konnte hier auch durch da ist auf die Karte ich bin draus ich kann wieder flüchten ja die der Brottsch der der Gegner steht da machte die Arme auf und nach dem Motto was ist mit dir komm doch her und kriege voll ich hab mich wieder gerückt wo ist er denn der versteckt sich hinterm Bus der Schuft komm Freddy Busbauer oh Junge oh Junge was ist denn was ist denn gut wenn nicht ich dann ich sehe den Typ gar nicht jetzt hat er mir was gelaufen ist äh ja dann gehen wir ruhig runter wir sind ja Iceman L86 A2 äh Dude guck mal bitte unter mir oh ich kann da grad nicht viel machen Partygesellschaft außer dabei außer das nie aber ich glaube ja er ist dabei Mann gerade hat er so cool über die Deckung geguckt guck mal wie behindert er die Waffe hält so kann er noch nicht zielen hallo äh 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 ich komme hallo weißt du so voll diskret einfach mal runter und eigentlich warten müsste rausgehen aha da kommt dann oh Gott oh Gott oh Gott ich glaube bei dir ist alles klar ich habe auch von der anderen Seite von der Mauer oh Dicke die ist auf der rote Alter die ist weit offen größten hatten Augen Alter ich treffe dieses kack Ding nicht oh jetzt aber ich habe auch eine Granate für dich welcher Papa 那 oh okay VERMANCE stumble die Hütte Mary ein día Mö die kann ich sagen dass hier nichts mehr ist wo du drin bist oder guck mal rein hier gibt es leckerchen hier haben wir eine kiste hier wir haben wir kurz auf level 19 verdammt ich weiß nicht wie schnell er da ist erst mal hingejointed der eisen geil das einfach ist ja das ist einfach mega detailliert das ding sind wir eigentlich gerade zeitlich ich habe voll keinen überblick stunde 15 na dann hallo hallo ich sitze hier so her 15 30 60 ich habe erst mal mega blöd durchgerechnet zum verwirren hat es gereicht na gut auf jeden fall reicht es vielen Dank uns vielmals fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge holl rein tschau Vielen Dank.